Weiß was, wir machen einfach auf gut Glück. Ja nö, also die Aufnahme ist an. Was ist jetzt der vierte Teil vom Let's Play? Mission 4. Wir machen gerade unsere Einsatzbesprechung. Ja, die sieht wie folgt aus. Also Leute, wir sollten von hier aus losgehen. X, X, O. Hier in der Eck. Stock im Po. Hier drüben ist ein H&M, da sollten wir mal kurz reinschauen und gucken. Du meinst, da. Wir einschauen hier rüber zur Eisdiele. Da machen wir eine kleine Snackpause. Mhm. Und was ist mit diesem Raum hier? Das ist das Kino, aber da läuft das halt nichts gut ist. Wo wir eigentlich... Also Ready-Check-Land können wir loslegen. Na, okay. Ready. Details, Details, Details. Gasolin. Gasolin. Ja, alles. Gasolin. Gasolin. Okay. Da sind wir wieder. Hello. Okay, Squad. Command wants the computers up and running. The colony's reactor was not outlined by the swarm attack. You need to find your way to the reactor core and get the juice back on in there. Bam, Shotgun. Ich bin untergefallen. What the fuck? Eep. Stop. Bleib in Bewegung. Leute, kommt. Krico, ganz allein. Krieg über den ganzen Ruhm Richtig Oh fuck Oh mein Gott Napa-I-Malians Haha America America Aus Ah Nein Ich geh da doch nicht rein Ich geh da doch nicht rein Mann Ich hab dich ausgeschlossen! Du hast mich gekillt, ich hatte doch mal so viel Energie, ich hab mich schon gebrochen! Hattest du gar nicht, du hast was zu tun! Wann ist denn das Teil immer wieder? 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 Na ja, mal wieder klar! Ja, ich wollte dieses Viech treffen! Wir sind jetzt schon wieder tot! Jetzt verstehe ich was wieder auf Erstehung nach! Du dringst dich ja auch in den Tod und dann schämst du dich auf einmal! Versuch mal nach hinten was zu tun! Aber jetzt kann ich als wachendes Auge über euch! Au! Sieh mir schlecht für euch aus! Ja, das war! Ja! Cool! Cool Story, Bro! Yes! Das ist alles, weil Phoenix und sein Medic abgeknallt hat! Das ist mein Maul! Na toll! Ja, toll! Sollte? Yeah! Misch ihn fehlt! Ja, auf Phoenix aufpassen! Ich trau dem Typen langsam nicht mehr! Hallo? Was kann ich denn dafür, wenn du mir direkt in die Waffe läufst? Ich war umzingelt von Monstern! Ja, und ich hab versucht, ihn mal zu abzuschießen! Ja, und ich hab versucht, ihn mal zu abzuschießen! Och man, Leute, ey! Er wird mal aufzuschießen, wenn jemand in Line of Sight ist! Meine Güte! Nein, ich nicht! Ich wollte ihn retten! Ich hab gedacht, Scheiße! So, nochmal aus dem Ganzen! America! Wir sollten wirklich einen, jetzt so, Formation-Kampfknäuel einfach machen! Okay! Ähm... Phoenix und... Garst du den? Nach vorne! Schmichy und ich sicher nach hinten! Richtig! Na, mit dem Flammenwerfer habe ich da einen Vorteil drin! Warte, ich muss mal kurz nochmal eine Waffe wechseln hier! Die hat mir nicht gefallen! So, jetzt! Ich glaube, ich nehme mir... Ah, ne! Okay, Squad! Command wants the computer is up! Follow me! The colony's reactor was knocked offline by the swarm attack! So, you need to find your way to the reactor core and get the juice back on in there! So! Was? Alter! Was? Was zur Hölle? Alter, wie... Wie kann das denn jetzt schon, dass ich hier sein? Du hast mich mit nem Melee-Hit gekillt! Instant! Nein! Nein! Nein, hab ich nicht! Ich hab dich abgeschossen! Wenn du direkt vor die Waffe gelaufen bist! Aber du Waffe! Beste Entschuldigung ever! Hallo! Er läuft mir direkt vor die Waffe! Das könnt ihr nachher im Video sehen! Er ist mir direkt davor gelaufen! Ja, ja! Ja, ja! Direkt... Ich glaub, die Zähne sind... Zendierlich! Solche Songs muss man nutzen! Wenn du ihn vor die Waffe läufst, dann muss er drücken! Fuck die Stadt ganz weg! Du nimmst jetzt normale Waffen! Ja, aber gar nicht! Die bohren wir hin zuerst! Warte mal, ich nehm meinen Schott gar nicht! Wechsel die am besten auch mal auf! Das ist der Techniker! Dann wir brauchen ihn! Wir kommen nicht weiter ohne ihn! Die Mission kriegt ab ohne ihn! Ja, okay! Töte lieber mich wieder! Ja! Nein! Schmicky, damit das passiert, musst du den Techniker spielen! Wir müssen mich einfach nur vorlassen, um mich nicht vor die Fese laufen! Wenn du etwas... ...attention zu deiner Umgebung... ...nehmen würdest! Oh, das hat doch kein Techniker! Jetzt renn ich schon wieder! Der ist dafür immer verantwortlich! Der war das wohl! Keine Ahnung! Amerika! Stealer! Warte mal, schnack doch mal was! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Cool story, Bro! Da laufe ich da nicht rein! Oh! Ah! Eila! Weiter! Weiter! Geh's zu! Kack die, ey! Nice Michi! Nice! Danke! Danke! Diese dreckigen, haarigen Biester, die alle nur dasselbe wollen! Meinst du jetzt die Frauen oder die E-Entzieher? Komm da! Komm da! Komm da! Okay! Ich fang an die Tür aufzumachen! Syntech Mega Corporation Huah! 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 Ah! Ah! Perfekte! Pflanze Scheiße! Sicher doch mal das Skilinder da! Okay! Tür ist auf! Ich brauch Heilung! Ah! Ah! Wo soll's sein? Sorry, du hast ausgesehen wie ein Aion. Ja, das ist eine Muni-Kiste. Mein Visier ist so blutvoll schmiert von dem ganzen Aion hier, dem Macho. Da konnte ich das nicht mehr so gut sehen. Das verstehst du doch, oder? Heiler! Ist hier irgendwo Muni oder so? Hey, ich hab ein Muni-Paket. Da. Okay Squad, wir kamen von auf hoch. Meine Medic-Gun ist fast alle, ne? Hier ist noch nie ein Real-Kid, falls jemand was braucht. Ich hab eins noch. Okay, ich bin voll. Wir müssen weiter. Wo läuft er hin? Ja, weiter! Irgendjemand, warte mal, da hängen wir hinterher. Ach so. Ach so. Ach. Ach! Mach 1よし! Ach! Ach so, nicht da radious! Ach! Ach! Ach. Mach! Ach! Ach. Geh, tschüss auf, tschüss auf, tschüss auf. Die Ammoe brauche ich. Geh, tschüss auf, tschüss auf, tschüss auf. Geh, tschüss auf, 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 Die kommen aus dem scheiß Schaft raus, wollen die auch auf gar nicht? Nein, aber die Tür ist bald auf. Fuck! Toll, Gasolini was killt bei Phoenix, Phoenix is out of ammo. Ups, scheiße. Scheiße! Ah, dammit. Ah, ich liebe noch. Renn rein, renn rein, renn an die Monster vorbei! In die Tür, Mann, in die Tür! Nein, dass du dich fahrst! Oh, Jesus! Gerade er, ey! Die Borden fallen immer zuerst. Das halbe Team und gewinnt dann auch noch. Ja, das war Mission 4. Ja, das war Mission 4. Es tut mir leid, Jungs. Ein Zeichen der Brüderlichkeit wurde gesetzt. Wenn die nur halb so episch wird wie die hier, ey. Oh nein. Ja, bis dann. Nein boi. Bye! Ciao! Anfield circulating...